Vernunft ist wichtig. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten über die Grenzen der Vernunft. Oder gibt es eine reine Vernunft? Oder können wir nur typischerweise als Menschen immer wieder vernünftig handeln und vergessen dabei, dass wir eben auch nicht vernünftig handeln, dass das nicht vernünftige Handeln auch gut sein kann, neben dem das natürlich auch katastrophal sein kann. Und hier das Audio dazu als Ergänzung. Es scheint oft eine gewisse Widersprüchlichkeit zu sein oder geradezu Ambivalenz zu sein oder Dualität zu sein oder Dialektik zu sein. Vernunft ist wichtig. Wenn wir nicht vernünftig wären, wenn wir nicht in einer bestimmten Tugendhaftigkeit uns immer wieder der Vernunft anschließen, dem Vernünftigen, dann wären wir als Menschen schlecht dran, dann wäre alles nur irrational, dann wäre es vollkommen chaotisch, dann wäre es geradezu hysterisch, dramatisierend, kämpferisch, kriegerisch, unterwerfend und all den negativen Attributen, die wir haben. Insofern Vernunft, sich immer wieder vor Augen zu führen, ganz persönlich, was Vernunft sein kann und geradezu sein muss, ist außerordentlich wichtig. Wenn ich da so ein paar Stichworte nenne dazu, Vernunft, einen Konsens zu finden in der Vernunft, das ist ja oft die Herausforderung. Wie finden wir als unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen einen Konsens miteinander? Wo finden wir uns zusammen? Wo kooperieren wir? Wo gehen wir gemeinsam um? Wo tun wir etwas Gemeinsames? Wo ziehen wir an einem Strang? Und nicht jeder tut etwas, was er oder sie will und dann ist es ein Chaos ohne Ende und man merkt, dass die Menschen überhaupt nicht mehr zusammenkommen. Also dieser Begriff Konsens oder ein anderer Begriff, einen Kompromiss zu finden, also einen ähnlichen Begriff zu finden, ist sehr wichtig. Die Kompromisshaftigkeit innerhalb einer Demokratie, innerhalb eines Freundschaftsbezugs, innerhalb einer Familie, innerhalb des Berufes und so weiter, ist eine ganz außerordentliche und stetige und ständige konflikthafte Herausforderung. Wo finden wir tatsächlich einen gemeinsamen Nenner, um dennoch einen anderen Ausdruck zu bringen? Und zwar im Sinne des Wohls aller Beteiligten. Ich sage das ganz deutlich so aller Beteiligten. Und Beteiligte sind ja nicht nur Menschen, das sind ja nicht nur meine Familie oder mein Freundeskreis oder meine politische Partei, sondern es ist ja alles, alles was beteiligt ist, alles was ich wahrnehmen kann in der Welt überhaupt, was eine Beteiligung hat. Das ist der Baum da draußen, das ist der blühende Strauch da draußen, das sind die Tiere dort draußen, die Wespen, die dort sind und die Vögel und die ganze Landschaft und die ganze Natur und sogar das Klima. Also alles, was wir überhaupt als Menschen in Betracht ziehen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass all das irgendwo in einer Gemeinsamkeit ist und damit in eine Abwägbarkeit, in einer Ausgewogenheit, in einem Miteinander ist etwas sehr Wichtiges und im Sinne der Vernunft. Es wäre also vollkommen unvernünftig, wenn ich jetzt in diesen Wald hier draußen schreiten würde und die Bäume umlege und sage so, ich baue mir daraus jetzt ein Schloss, ein großes Schloss am Rande des Schwarzwaldes. Ich bin der König oder wer auch immer in der Art oder ich fordere die Menschen auf, mit mir dieses Schloss zu bauen, wir holzen den Wald ab. Was ja schon passiert ist. Der Schwarzwald wurde ja schon mal abgeholzt und andere Wälder genauso. Also ein Konsens zu aller Wohl, zu allem Wohl, um das auszuweiden. Es sind ja nicht nur Menschen. Wir sehen uns als Menschen viel zu stark, meines Erachtens. Wir haben uns in den letzten, sagen wir mal, paar hundert Jahren viel zu stark entwickelt als einseitige Spezies. Das ist so mein Credo, was ich hier auch immer wieder versuche zu liefern. Es geht um das Wohl von allem und allem Ausgleich. Da haben die Wespen ihren Weg oder ihre Art, da sein zu können, genauso wie Pflanzen oder sonst was irgendwo. Unkräuter neben den Kulturpflanzen, sogenannten Kulturpflanzen und allem. Also zu allem und zu aller Wohl. Das ist Vernunft. Vernunft ist natürlich Realität in ihrer Machbarkeit. Was kann ich in einer Realität tatsächlich wirklich tun? Was kann ich machen? Was kann ich wirklich tatsächlich vollbringen? Kann ich ein Auto in Gang bringen? Ist das vernünftig? Wenn ich von A nach B komme und reisen kann und all das? Natürlich ist es vernünftig. Neben der Unvernunft, die dann sehr schnell entsteht, das ist mein Auto und mein Auto ist ein Bestandteil geradezu meiner Persönlichkeit und die ist schnell und die hat viel Energie und die hat viel PS und was weiß ich. Also das ist sehr schnell dann eben auch durchaus auf Abwägen. Die Realität in ihrer Machbarkeit für alle Beteiligte, für die Umwelt genauso wie für mich und andere Menschen. Natürlich spielt in der Vernunft, die wichtig ist, die Illusion auch eine wichtige Rolle oder eine Rolle. Die Rolle der Illusion. Als Menschen sind wir immer wieder auch Wesen, die sich Illusionen machen, die Ideale bilden, die Fantasieren, die sagen, das ist möglich, aber es entspricht dann nicht möglicherweise der Realität, sondern die Illusion ist da. Ich bin mir über die Illusion im Klaren oder ich erkenne immer wieder das Illusionäre im Leben und das ist sehr heilsam, wenn man das Illusionäre erkennt und sagt, mein Gott, ich habe mich wehrt, das war eine Illusion oder das vormals Ideelle ist eben zu einer Illusion geworden und damit nicht mehr realitätsgemäß. Wie ist diese Rolle der Illusion im Zusammenhang mit dem Vernünftigen? Jemand, der nur in einer Blase der Illusion lebt, der ist nicht mehr vernünftig, der wird irrational, der wird vielleicht sogar irre, also in dem Sinne gestört, stark gestört, meinetwegen. Vernunft als permanente Herausforderung einer Abwägung. Ich muss immer wieder abwägen, da ist ein Pro, da ist ein Contra. Da könnte ich jetzt Schaden mir selber zufügen oder anderen Menschen oder anderen Dingen zufügen oder nicht. Also immer wieder abzuwägen, also nachzudenken, um dann zu entscheiden, was wäge ich jetzt ab und welcher Ausgleich entsteht in unserem Leben. Es ist immer wieder die permanente Herausforderung, einen Ausgleich finden zu können. Es gibt immer wieder Wege, die extrem werden, die einseitig werden, die einseitig stark sind, positiv oder negativ und da geht es immer wieder um den Ausgleich. Du merkst also, diese Dinge haben miteinander zu tun, wenn wir Vernunft definieren, diese Ausdrücke, die ich hier nenne. Also dieser sogenannte Mittelweg, den wir immer wieder finden müssen. Ich habe früher diesen Begriff Mitte gehasst oder geradezu auch, ich habe immer eine Aversion dagegen gehabt, dann zu sagen, so eine Mittelposition. Mein Gott, nichts Ganzes, nichts Halbes, keine schönen, was weiß ich, Rockgeschichten so voll drauf und das Leben so, wie es tatsächlich auch immer wieder blüht und extrem ist. Aber das ist es nicht, sondern es ist immer wieder der Mittelweg. Insofern Parteien, politische Parteien, die den Mittelweg suchen, die sind durchaus willkommen meinetwegen. Also einen Mittelweg zu suchen, weil es Extremmaße nicht geben kann, sieht man schon in der statistischen Standard-Normalverteilung, die immer einen Mittelweg darstellt, die Gauss-Kurve, die berühmte. Die Verteilung ist in der Mitte. Die Mitte fühlt sich gut an. Die Mitte ist der Mittelweg, die Mittelung und damit die Vernunft. Natürlich ist ein ganz wichtiger Anlass der Vernunft, so wenig Leid wie möglich zu empfinden oder zu erzeugen, so wenig Leid wie möglich zu haben oder eben zu verbreiten. Und mit Leid haben wir als Menschen immer wieder zu tun. Natürliches Leid, das über uns kommt, für das wir nichts können in dem Sinne persönlich, als auch das persönlich verbreitete Leid, das jeder von uns selbst erzeugt. So wenig Leid wie möglich. Das ist eine wichtige Maßgabe der Vernunft. Natürlich in diesen Zusammenhängen ein gutes Gewissen zu haben. Und ein Gewissen ist ja nicht nur Wissen und Information. Vielleicht Informationsfülle, vielleicht einseitiges Wissen, vielleicht sogar falsches Wissen. Und in der heutigen Zeit wird es immer schwerer, richtiges Wissen von falschem Wissen zu unterscheiden. Es ist immer wieder eine Herausforderung, weil wir eine sehr starke Wissensfülle haben. Ein gutes Gewissen zu haben bedeutet, einerseits ein Wissen zu haben, aber immer wieder persönlich zu entscheiden, was mache ich damit? Was tue ich? Was mache ich daraus? Wie entscheide ich? Und so weiter. Und im Sinne der Gewissenhaftigkeit, war das ein Mittelweg? Das ist ja alles sehr dynamisch. Also es bewegt sich. All diese Dinge sind ja ständig in Bewegung, in einer starken Dynamik. Aber die Herausforderung, ein immer wieder gutes, einigermaßen ausgeglichenes, persönliches Gewissen zu haben, ist schon sehr wichtig. Sonst kann ich nicht gut schlafen. Sonst quäle ich mich immer wieder mit Gedanken, ach, hättest du doch und wärst du doch und hättest du das nicht gemacht und all das. Das ist vernünftig und das hat auch mit Vernunft zu tun. Und natürlich schließlich das Vertrauen. Vertrauen als Komponente, als Möglichkeit der Vernunft. Als Vernunft, die wichtig ist, vertrauen zu können in sich selbst, in andere Menschen, in Institutionen, in den Staat, was auch immer es ist. In das Großes wird schon für mich gesorgt. Das ist ja ein Vertrauen, das wir immer wieder haben, dieses Gottvertrauen oder wie wir es auch nennen mögen. Das Vertrauen, das alles umfassend ist, das hat ja auch mit Vernunft zu tun. Und insofern ist Vernunft sehr wichtig für unser Leben. Aber dass wir natürlich nicht immer alles und stets vernünftig und in einer reinen Vernunft, wenn Kant, ich habe das, das Kant zitiert, eine Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat, dann ist es natürlich wichtig. Wir können nicht immer rein vernünftig sein, sondern wir sind als Menschen auch irrational und plötzlich auch in der Hinsicht, um dann wieder in dieser Dynamik, in dieser ständigen Herausforderung von Bewegung hinzubekommen, dass wir etwas ausgleichen können. Insofern ist Vernunft einerseits wichtig und andererseits durchaus begrenzt. Wir können nicht alles vernünftig machen oder stets vernünftig gleich da liegen haben oder das Ansinnen haben, auch das mal nachgedacht, dass wir sofort alles vernünftig und gut machen und von vornherein ausgeglichen. Es ist immer wieder ein Ringen, es ist immer wieder eine Herausforderung und damit eben diese stetige und ständige Bewegung aller Dinge, die immer wieder in Bewegung sind und nicht festzusetzen sind, insofern ist Vernunft auch nicht festzusetzen, sondern zu erringen, zu bekommen, entstehen zu lassen. Vernunft ist wichtig.